Alles klar 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 Jungs Hallo Leute Willkommen zurück bei Soterio Mein Name ist Golden Game Ja Golden Game Punkt E Ja nicht Punkte aber Egal Was gibt's heute hier so Warte ist das neu ich weiß nicht Mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken Unten rechts ist irgendeine Links ist irgendwie so eine Lade okay okay alles klar Ach das lebt nur okay Wir nehmen mal wieder den Regenbogen Jo So In einer weiteren wunderschönen Runde Wow Ist der P.O.B. am Start Alles klar 90.000 Free Bibel Studi Alles klar 90.000 alter Den will ich gern sehen Dazu begebe ich mich in die Mitte Ich werde den sehen Ich weiß nicht wo er ist Ich weiß nicht wo er ist Aber auf jeden Fall Will ich ihn sehen Und dann Seinen Tod verursachen Und selber So groß werden wie er Okay Ist das er? Nein Denke ich nicht Könnte Platz 3 sein Oh okay Oh ich bin ja schon voll weit weg Die Mitte ist da unten Da unten ist die Mitte So Mal sehen ob ich hier durchpasst Bitte sag ja Okay ja Seht gut aus Ich habe aber trotzdem Angst Ah Oh mein Gott Close Alter ist das der Erste Das könnte ja sein Ist das der Erste Es könnte durchaus sein Alter Vater Alter What Das ist er Das ist er Das ist er Leute Der Nummer 1 Die Nummer 1 Das ist er Das ist er Das ist er Jungs Wenn wir den töten Sind wir der Held Der ist ungefähr in der Mitte Und dann ganz oben Alter wäre das richtig viel Alter Alter Vater Junge Das ist die große Killjagd Alter Ich will gar nicht wissen Alter Alter Jo Nice Okay Ah Ich habe Angst Nope Mich kriegst du nicht Aber vielleicht stirbt der hier gleich demnächst Ja Das wäre richtig nice Der hier stirbt Alter Ich glaube der entfernt sich langsam oder Kann das sein Wo will er hin Ich weiß gar nicht welche Richtung das geht Ich Ist viel zu schnell Oh er ist Oh er geflüchtet Alter er kann die ganze Zeit einfach sprinten Hey hau nicht ab Er ist im Norden Oh Holy shit Alter Vater Holy shit Holy shit Okay Er ist auf jeden Fall im Norden Der Macker Gewesen Ist er vielleicht immer noch Bitte sag jo So Bist du hier Kumpel Im Norden Oh Lila Lila Okay Hast du den Typ gesehen Ich geh mal hier Ich geh mal hier Wer ist ja hier irgendwo Hier ist auf jeden Fall So ein Pescher Okay Vielleicht können wir dem Roten ja helfen Als soziale Tat Du 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 Nein Er hat uns ausgenockt Oh nein Er ist im Norden Den hole ich mir Komm schon Oder ich Ah ja Alles klar, alles klar Komm schon Leute Wir kriegen das hin Wir sind jetzt hier Alles klar Nein, nein Alles klar Ah nein, oh hell Alles klar Alles klar, meins Nein, Schatz Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Ich drehe nur meine Runden Komm her Alles klar Nice one Den großen vernichtet Missionen erfüllt Sag ich mal 7500 Nice, nice Und der Typ ist immer noch am Leben Das muss echt schwer sein So zu überleben Oha Das was explodiert Ganz schön viel Stuff Das ist ja ganz schön bunt Hier, oh Äh Die Geier wieder 9000 Platz 20 Jo Nice, 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 nice Ich glaube hier Fass ich noch durch Oder Wenn da Vor mir hier Mal Ja Passe ich Oh Oh Snap Alter Was ist denn hier los Mit bunten Kermis Oder was Alter Vater Alter Vater Alter Ausschwitz Junge Was geht bei dem Alter Der könnte mich ausläschen können Hat er aber nicht Alter Hier explodiert gerade alles Ich hab Angst Junge Was geht denn hier ab Junge Ich bin der Überlebende Over 9000 Alter Alter Was ist hier los Beste Folge Ever Schon 20.000 What the fuck Alter Ich bin ja so Voll weit oben Alter Okay Ausgewicht Elegant Wie immer Wir sind in der Mitte Da ist es am meisten los Oh Nein Platz 3 Alter Schade Schade Schokolade Alter Das war mega Ab in die Mitte Da ist es am meisten los Alter Der erste ist übrigens tot Fällt mir jetzt gerade auf Aber wo ist er gestorben Ach man Oha Yeah Nein Warum gibts mir dankeschön scheiße man das war richtig nügelig das tut mir ja schon fast leid für mich selbst mitleid mit mir selbst bam destroyed komm her ueell nice one ich will den einkesseln alter nice grad noch so hier fuck you fuck man ach wer ich bloß gesprintet man das kotzt ja schon an ja oh fuck ja komm schon junge du stirbst jetzt ich glaub fest daran dass du sterben kannst hey boy boi what are you doing what the fuck is this alter ist das 3 2 maybe oh geil jetzt können wir hinterher spriten oh alter geil alter alter was leckt das hier nur ab fuck man fuck man fuck man alter fuck 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 auf zur mitte da ist die party am besten um wo wir zu innen rum nah ist okay anscheinbar afka jetzt sind wir schon auf jeden fall größer und mächtiger Ichalım. Die-die-die-die-die-die-die-die. Die-die-die-die-die-die-die. Die-die-die-die-die-die-die-dub. Ich krieg das hin, Freunde. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin-oeremos prophesischen Gefallen. Alles klar, alles klar, mein Schatz hier, nice, wer eine Schlange, spinn eine, schalalalalalame, Angelika, Merkel, was geht, danke Junge, okay, Mittel, willkommen, Alter, what the fuck, okay, wir sind sozusagen in der Mitte, wer stirbt als erstes, wer stirbt, du, nice, danke für das Futter, hat sehr gut geschmeckt, danke, danke, ich musste mich wieder mal konzentrieren, genau, bestdeutsche Junge, nice, nice, that's the way, aha, 5000, aha, komm noch her, du Pisser, oh mein Gott, holy shit, danke, bro, oh, au, fuck it, fuck, nice, danke für das Milagessen, What, die kehren sich ja alle, dat find ich gut, nice one, okay, ich glaub der hat ab, Nice, ich glaub der hier stirbt gleich, hab ich so ein Gefühl, oh, lol, haha, sorry du, dass ich das gesagt hab, ah, fick dich, Karma, fucking Karma, Jungs, fuck this Karma, ich glaub, das ist hier, last time, auf zur Mitte, dann reicht's auch schon wieder, weil dann ist die Zeit umso, ja, auf jeden Fall, wieder mal auf Platz 3 geschafft, also auf der Rangliste immer, warum ist das eigentlich wieder in Englisch, war doch mal auf Deutsch, Besten ist denn so, egal, whatever, war mal so ein Trip oder was, Deutschland Tag oder was war los, I don't know, ja, dann hat er es uns gerade gegeben, das war's, so, wenn es euch gefallen hat, lasst den Leute unten ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, und ciao.